Guckt mal, ich habe mir etwas Ameritium aus dem Internet bestellt. Dieses Ameritium kommt von einem alten Ionisationsrauchmelder. Die waren früher gang und gäbe. Sowohl mit Ameritium wie auch mit Radium. Und ich habe mal gehört, dass alte Sowjetrauchmelder auch Spuren von Plutonium enthielten. Das ist die Kapsel und mit einer Zange und etwas Gewalt bekommt man das radioaktive Sample daraus. Sogar mein günstiger Geigerzähler merkt, dass das Teil auf jeden Fall radioaktiv ist. Aber ich will natürlich genau wissen, wie viel drin ist. Weniger als 29,6 Kilo Becquerel Ameritium 241. Ja, danke, das können auch 50 Becquerel sein. Wäre nämlich schon sportlich, wenn da wirklich 29 Kilo Becquerel drauf wären. Einmal in den Geli gesteckt und man kann sehr deutlich die 60 KV Ameritium 241er Linie erkennen. In einem früheren Video habe ich mal die Effizienz bestimmt und da habe ich auch unter anderem die Effizienz für Ameritium 241 bestimmt. Deswegen kann ich hier über die Effizienz von 2% ganz einfach ausrechnen, dass hier wirklich ca. 17 Kilo Becquerel an Ameritium drauf sind. Die Rechnung dazu findet ihr im Video zur Kalibrierung des Gelis. Diese 17 Kilo Becquerel entsprechen 0,13 Mikrogramm reines Ameritium. Aber das, was wir da gemessen haben, ist natürlich Gammastrahlung. So funktioniert aber ein Rauchmelder nicht. Der ist ja von der kurzen Reichweite der Alpha-Strahlen abhängig, die von entstehendem Rauch abgeschirmt werden können. Und damit Alpha-Strahlen da rauskommen können, muss das Ameritium quasi auf der Oberfläche sein. Das Alpha-Spektrum, was wir hier sehen, ist sehr charakteristisch für so ein Präparat. Es ist nämlich nicht reines Ameritium auf der Oberfläche, sondern in Form einer Legierung, die die Alphas vom Ameritium verlangsamt. Das heißt, man würde normalerweise erwarten, dass man einen recht scharfen Peak bei 5486 KFV sehen würde, aber dieser Peak ist extrem verbreitert und um ein MeV in den niederenergetischen Bereich verschoben. Das ist immer ein sehr klares Indiz dafür, dass das aktive Präparat von irgendetwas Abschirmenden bedeckt ist. Interessanterweise hat das Tochter-Nuklid Neptunium-237 genau die Alpha-Energie von 4788 KFV. Also dachte ich erst, dass es das Tochter-Nuklid ist, was wir da sehen, aber es ist das Ameritium, was zufälligerweise genau so verschoben ist. Die Theorie wäre auch schon daran gescheitert, dass die Peaks von Neptunium und Ameritium im falschen Größenverhältnis zueinander wären. Jetzt fragt man sich berechtigterweise, was ist das zwischen 6000 und 7000 KFV? Das ist kein Kalifornium, was da drin ist, sondern das ist bei Alpha-Messungen eher ungern gesehen und zwar ist das Pile-Up. Also der Detektor wird so mit Alphas zugeschossen, dass die Energie von zwei gleichzeitig einfallenden Alphas zusammengefasst wird und so diese hochenergetischen Peaks entstehen. Wie gesagt, das ist nicht gerne gesehen und da würde man den Abstand auch vergrößern, aber das Spektrum ist bereits aus dem untersten Einschub entstanden. Ich hätte es vertuschen können, indem ich die Y-Achse nicht logarithmisch aufgetragen hätte, aber wir wollen ja hier was über Nuklearchemie lernen und solche Fehler gehören auch dazu. Also, zusammenfassend, da ist wirklich Ameritium drinne und nicht gerade wenig, aber ich habe es auf der Seite des Bundesamtes für Strahlenschutz, BFS, nachgeguckt und anscheinend ist eine Obergrenze von 100 Kilo Becquerel angesetzt. Vorausgesetzt dann, dass der Rauchmelder nicht einfach so zerstörungsfrei demontiert werden kann, die Ortsdosis 10 cm davon, nicht 1 µSievert die Stunde überschreitet und noch ein paar andere Vorgaben, die uns jetzt aber nicht wirklich interessieren. Damit verabschiede ich mich. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020